Tja, Freunde, hier bin ich. Jetzt ist Essenszeit. Hier steht's. Gute Laune Boy ist am Start. Und ich zeig euch mal, wie das Ganze jetzt aussieht. Lecker, gell? So, da freue ich mich. Und jetzt geht's los. Einen guten Appetit. Mh, Freunde, man merkt, man merkt, man merkt das Maggi. Hier. Es ist wirklich knusprig. Es ist der Hammer. Es ist, äh, sagt man mal so, mittelscharf. Für mich. Ja. Mh. Ein Gedicht. Aber, man merkt das Maggi. Also, das liegt raus. Der Schmack ist wirklich so mützig. Und du merkst, glaube ich, von den Chili-Flocken und von Curry und Pfeffer. Das ging irgendwie unter, meine Freunde. Aber, ich will euch hier nichts verraten. Äh, oder nichts zu viel Schlechtes drüber sagen. Ihr seht hier ein paar Flocken noch. Aber, aber, ich liebe es. Ich finde es genial. Wenn ihr das nachmachen wollt, Der Stift wird gar nicht. Oh. Oh. Au, au. Ha, ha. Also, der hat's in sich. Und der hat's in sich. Das war bisher der Schärfste. Vielleicht kommt noch ein Knüllerbrüller. Wenn ihr das nachmachen wollt, dürft ihr natürlich gerne, aber letztendlich entscheidet ihr und nicht ich, wie scharf ihr gehen könnt, was eure Grenzen sind. Weil ich bin nicht schuld und ich hafte nicht, wenn es euch schlecht geht da draußen, gell, auch der, auch der ist der Hammer, mein lieber Mann, guck mal. Das ist pure Maggi. Das ist ein Gedicht, ich zeig euch mal, wie viele noch da sind. Und es ist ein Traum. Ja, man glaubt's kaum. Man glaubt, der ist Wumpe. Haha, oah, uhu, na lieber Mann, da, oah. Ich habe es mit mir Mann, ich habe es von mir Mann, ich habe es von mir 19 Opa, Hammer. Also Freunde, alle Achtung. Boah, mein letztes. Und das sieht kein Fake war, aber das ist wirklich, in ferner zeige ich euch. Oh, der Teller, der ist leer. So, Freunde, und mit den Bildern bin ich raus und sage, danke fürs Zusehen, wenn euch dieses Video gefallen hat. Gerne dürft ihr es, wie gesagt, ausprobieren. Aber wenn euch dieses Video gefallen hat, lasst doch einen Daumen da, meine Herren, ich bin satt. Oh, oh, ein Traum. Also, wenn die Heizung mal ausfällt, esst in ferner Sachen und ihr schwitzt und ihr habt es angenehm warm. Freunde, in diesem Sinne sage ich nur noch, piep piep piep. Ich habe euch gern, ich grüßt von nah und auch von fern. In diesem Sinne, haha, ich bin raus. Ciao. Hier seht ihr nochmal den Teller, der ist eben leer. Und das bin ich und ich sage, Servus. Danke fürs Zusehen.